Servus Leute, heute habe ich drei Szenen für euch, alle von meinem zweiten Account. Ich war dabei, die Punisher-Questline zu machen im Level-Bereich 20 bis Mitte 20. Und ja, in der ersten Szene war ich mit einem Viewer-Kit unterwegs. Ich glaube, das hat mir der gute Big Bait gelegt. Eine SVD, die ich da noch gar nicht hätte spielen müssen für Punisher 4. Das heißt, mit Scaffeste und Balaclava-Kills auf Shoreline habe ich natürlich im Besor gemacht. Und ja, mit der SVD ein paar Kills gemacht und dann in der zweiten Szene hatte ich ein Viewer-Kit von Shami-Case. Das war es, glaube ich, eine M4 im Main-Building, eine nette Begegnung mit etwas VoIP-Interaktion, auch für Punisher 4. Und in der dritten Szene, beziehungsweise ein kleiner, ein ganzer Raid in der dritten Szene, war ich für Punisher 5 und für die Office-Kills auf Factory unterwegs. Das heißt, nur eine Packer-West, ein 6P47-M. Das Ganze habe ich gemacht mit der Klin. Klin ist eine, ja, schneller schießende Ketter. Und ja, ging auch gut zur Sache. Die drei Szenen wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv.au-Seite. Würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Das sind Scavs. Aber ich glaube, dafür gehen wir aufs Dach. Das macht mehr Sinn. Okay, das sind auf jeden Fall schon mal Spieler hier, ne? Sollen wir hier einfach reinrennen? Risiko? Go. Ah, drüben. Okay, hier ist auf jeden Fall was los. Er war auf dem Scav Island Sanitar. Echt? Okay. Krasser Spawn. Die Scheibe ist nicht kaputt gegangen. What? Oh, ein krasser Move. Hier ist auf jeden Fall noch einer über mir. Das waren keine 40. Ich weiß nicht. Ja, der Zweite, der da rüber gelaufen ist, der ist wahrscheinlich gehittet. Das ist jetzt im Main Building. Mal sehen, ob der gleich kommt. Irgendwie glaube ich, dass hier oben noch einer sein müsste, aber ich höre nichts. Also, wir können hier oben machen. Okay, da kann man doch. Ne, ich finde es ein paar Tage. Sechs Stunden Downtime. So sechs Stunden Patch, Maintenance und dann geht es weiter. Das SVD-Massager, hier ist deutlich mehr los, Leute. Ey, seid so... Junge, was? Wir hatten eher so verkacken können. Er hat gedacht, das wäre sein Maid, deswegen... What the fuck? Voll reingesteuert. Na geil. Dahin geht meine Weste, ja. Der hat mich gerade für sein Team-Mate gehalten, deswegen lebe ich noch. 100 Pro. So. So. Okay. ... ... ... ... Hallo? Are you cuddling up there? Do you like it? I'm doing super fine, you know? Got a little bit scared, there was some dude, you know what I mean, and yeah, I guess he was your friend, or is your friend, yeah, so, what are you guys up to? Sitting there, one each side, holding the stairs, that's the plan? Ah, sounds good We pushen da hoch, hey, ich hab jetzt da keinen Bock rumzutun Oh, see, combo, okay? Oh, 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 oh Danke, Katrin, dankeschön für den Prime im zweiten, wichtigsten Resub Willkommen zurück in der Abo-Falle, danke für den Support und sehr freundlich, dass du Prime bei mir lässt Gruß zurück, wie geht's? Wieso reloadet der nicht? Ah, okay Dude, you still here? Your friend just died from a spontaneous headache Did you see that? Insane Hello? Ich glaube, er will nicht mehr reden Ich glaube, er will nicht mehr reden Ich glaube, er will nicht mehr reden Oh, I can hear you, right? Shhh What happened to your friend? Is he okay? Hat ihn überrascht, dass ich wusste, dass er da ist Shhh Oh, wo ist mein Mac? No Mistakes Not good Magazin wo? Leute, wo habe ich genau nachgeladen? Ah Das ist nicht so smart Da war's? Ja, scheiße Wo? Wie ich dreimal drüberlaufe? Ach, da ist es Ja, ja, ja Dann test Es war ähm Wie reaktiviere ich den Chat Sofort 20 Chat-Nachrichten Hey, wo ist mein Magazin, Leute? Kann man War Absicht? Ne, war keine Absicht Aber hat trotzdem wunderbar funktioniert Hat er schon oben? Ketter Meter Äh, Clean Meter Ja Ich muss raus hier, es hilft nix. Es waren Office-Kills, ne? Mit etwas Glück ist er tot. Der Junge kotzt der im Strahl. Klimmdeste Waffe. Loote sie, ja, ja, ich hab doch schon gelootet. Die zwei, die da oben sind, die hatten nix. Die haben den Klin-Headshot. Die Kugel in ihrem Kopf ist am meisten wert. Alter, schön weggehauen. Schön Dreierkill mal sehen, ob ich den auch noch hab. Ich hab ihn genaded. Ich hab ihn genaded. Oh, komm Leute, macht mal hallo YouTube. Wer hat's geschrieben mit der Kedermeter? Nächster YouTube-Titel. Kedermeter. Macht mal hallo YouTube im Chat. Ich hab ihn noch genaded. Ja, zackige Runde, würde ich sagen, ne? Zackige Runde. So kann's gehen. Ja, looten ist nicht mehr, wenn man einen gepleckten Oberkörper hat. Dankeschön, dankeschön. So. Mach mal hier, mach mal hier wieder aus. Wundervoll. War doch eine schöne Factory-Runde. Wundervoll. 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 Vielen Dank.